Ja meine liebe Gemeinde, heute gibt es ein neues Video mit dem Pakshi on the road. Mal gucken was es hier gibt. Ich habe einen Herr Stahl kennengelernt und ein paar Tipps gegeben hat. Und der hat mir jetzt ein Angebot gemacht. Mal gucken wie das rausgeht. Also lehnt euch zurück, entspannt euch. Los geht's! Ich habe einen schönen Tag. Ich bin glück. Ich bin glück. Ich bin glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, was sich hier gibt, ne? Sammeln wir erstmal hier Schnittblumen, die es neben dem Dönerladen gibt. Ja, ich glaube Dönerladen haben die gesagt. Einer haben wir schon mal. Da kommt der Herr Stahl. Ich habe eben auch jemanden da sitzen sehen, aber ich war mir nicht sicher. Ich muss aber auch überlegen, man spielt ja ein Internet und das ist ja auch ein bisschen. Hi. Guten Tag. Hallo. Ich habe sie von da hinten gesehen. Bin ich doch vorhin jemanden da richtig mit Weißen anzusehen? Ja, ich war mir nicht sicher, weil ich war so im GD und voller Freude noch. Nee, das war ich. Ich habe sie gesehen, wie sie dann hier hergeklettert sind, das sage ich jetzt mal. Also, ja, Herr Stahl, eben. Also, du, dich so muss ein Glück greifen, ne? So wie die Schmetterlinge gerade um meinen Kopf. Aber eben. Ich kann, ich muss sagen, ich muss das, ich glaube nicht, dass du das alles heute bezahlst in Surika, ne? Nein, nein, das meinte ich auch gar nicht. Ja, ich meine. Ich meine, zum Beispiel, sorry, ich bin gerade am Essen. Ähm, so, also ich meine zum Beispiel, ich gebe ihnen jetzt 15.000. So, ich habe jetzt schon mal, ich sage es mal, die Vermieterin angeschrieben, ob sie denn nicht bald einen Termin hat, also einen Zeitpunkt hätte, wo wir uns treffen könnten. So, dann gebe ich ihnen 15.000. Und sie melden sich an, sie müssen wahrscheinlich dann erst nächste Woche Freitag zahlen, also diese Woche Freitag so rum, also in fünf Tagen zahlen. Das sind dann 20.000. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, was ich sage, aber wenn sie dann ihre Wohnung besitzen, dann haben sie gleich drei Bitcoins. So, aktuell ist der Kurs bei 1.500. Das ist sehr gut, da würde ich sofort verkaufen. Da bekommen sie pro Bitcoin 7.500 Dollar. So, sie verkaufen also zwei Bitcoins, zack, sie haben schon 15.000 drin. Sie haben sogar, wenn sie ihren dritten noch mal verkaufen, sogar noch mehr. Deswegen, das geht eigentlich relativ flott. Sie müssen halt wirklich nur da sein, wenn es sozusagen mit dem Kurs gut ist. Wenn der Kurs zum Beispiel 1 ist, was wahrscheinlich ist, dann kriegen sie 5.000. Aha. Deswegen, eine Wohnung ist sehr wichtig. Ja. Ja, also mir wurde da was angeboten. Eine Wohnung, der wollte sich jetzt melden, deswegen. Und jetzt sehe ich, ich bin so in Peridulski, oder wie die sich nennt. Und möchte auch nicht unmöglich erscheinen, weil jetzt hat der eine schon geredet und jetzt auch die, die, ja. Du gehst dann durch so viel Pech heute, Glück. Wenn sie wollen, ich bin gerade dabei, so einen Wohnwagen oben im Norden zu kaufen, ähm, für 47.000. Da, wenn sie wollen, können sie das auch bei mir ganz billig mieten. Und da wäre nur halt eine Bedingung, da wäre es dann so, dass sie sich vielleicht nur ein Bitcoin rausnehmen anstatt drei, sodass ich dann die anderen habe, damit ich auch sozusagen Profit mache, wissen Sie? Oh, ja, ja, ich verstehe schon. Weil, sind wir ganz ehrlich, in der Woche 20.000 ist ja dann schon ein bisschen heftig. Vor allem, wenn sie dann im Urlaub sind oder so. Ja, das, ja, ja, also, also im Gegensatz, ich werde das, äh, ich hab ja Nummer und so, dann rufe ich. Ich hoffe, dass die, die Herren sich dem heute melden. Dann muss ich mit denen reden, was der gemeint hat, weil ich will jetzt nicht der eine so, der andere hießen, die Leute auf mich bockel ich, oder wie er heißt. Und ja, und dann, ja. War das der Herr Lochstampfer? Nee, die, wie hießen die denn? Das waren mehrere, das ist fast Gasis oder sowas. Hm. Hast du da irgendeine Nummer? Nummer? Nee, ich soll da einfach hinkommen, nee. Wo ist denn das ungefähr? Nee, da oben, du, die Six haben die gesagt, da soll ich dann warten heute beim Yellow. Und dann wollen die mich dann abholen und dann wollten die mir das zeigen. Oh, weiß ich, ich hoffe nicht, dass das Schlimmes ist. Das war nicht zufällig ein Mann oder eine Frau, oder? Nee, da war, glaube ich, auch Frau dabei, ja, doch, ich glaube schon. Mit blauen Haaren ungefähr? Nee, das weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, meine lieben Leute, das war's für heute, ich sag mal, bis zum nächsten Mal entspannt euch, was geht's? No, das war's für heute, ich meine nichts. Und dann komm mal. Dann kann ich noch einen ganzen Tag hm... Ich würde mal NobodyONG einreden. Ich würde Ul trainer mal den letzten Mal.